Musik Schönen guten Tag, mein Name ist Florian Kall und ich pitche hier für die Light & Tech. Die Light & Tech entwickelt und produziert im Landkreis Karlsruhe eine digital dynamische Dünnschichtlichtfolie. Das ist eine Folie, 60 cm breit, wird in endlosen Bahnen mit einer Kupferleiterbahnmatrix bestückt, also beschichtet und damit LEDs bestückt und wird gesteuert wie ein Fernsehmonitor. Das bedeutet, am Ende der Folie, der Bahnen von bis zu 14 m Länge, ist ein HDMI-Stecker, der wird in den Rechner reingemacht und überträgt dann mit einem DVI-Signal auf Decke, Wände und Böden das komplette Bild. Ein Monitor von der Rolle. Der besondere Vorteil von der Folie ist ganz klar, es ist leicht. In China gibt es 30 Kilo schwere Module, unseres wiegt 250 Gramm pro Quadratmeter, ist mit der Schere zuschneidbar. Also ich kann hier beliebig Formen reinschneiden, es ist B1 lieferbar für öffentliche Gebäude, wenn ich quasi irgendeinen Flughafen, Messe ausstatten möchte oder ähnliches. Es ist in und outdoor einsetzbar, das heißt es ist IP65, eigentlich ist es sogar IP67, das heißt Sie können die Folie wirklich in Wasser eintunken und sie leuchtet trotzdem entsprechend weiter. Das Wesentliche an dem Thema ist, wir erleben im Moment mit solchen Lichtern einfach eine Renaissance, es ist einfach Licht, analoges Licht, wie wir es kennen, wird digital. Und solche Folien sind ein Beweis davon, dass man nicht Licht an oder aus hat, sondern Licht in allen Formen quasi digital ansteuerbar kann über Apps, über den Rechner als Monitor für Fassaden. Vielen herzlichen Dank, denken Sie an die Light & Tech und denken Sie daran, digitales Dünnschichtlicht von der Rolle, endlos bis zu 14 Meter lange Bahn. Vielen herzlichen Dank.